Herzlich Willkommen zurück Leute zu der neuen Runde TT2 mit Jublimaru, MaxiPayne Items und äh, Karte Masse. Ja, ich bin da! Holt eine Wassermelone ab! Jede Folge weniger und weniger. DaluKart, eine Wassermelone für den Herrn. Der Grund ist aber voll teuer. Eine Wassermelone. Wie viel kostet die? Ich will dir aber ein Trinkgeld geben. Dalu! 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 Ich war der Spy! Was sind wir alle hier? Dalu, ich war der Spy! Kaputt, du siehst den Traitor, der hat einen Traitor-Symbol über dem Kopf. Ich versteh ihn einfach. Oh, ich versteh ihn einfach. Ich versteh ihn einfach. Warte mal, dann bist du versichert, warum? Weil wir waren ja gerade alle hier. Ich war gerade als Toter, konnte ich Payne das Traitor-Symbol sehen über seinem Kopf. Weil ich das bei mir nicht, deswegen hab ich auch Dalu getötet. Nee, die letzte Runde. So. Ja, ich bin aber hier Spy gewesen. Na gut, wenn er die nicht sieht, dann ist es eh egal. Je mehr du es erwähnst, umso weniger glaub ich dir das tatsächlich. Hey, Maxi, ich bin übrigens Spy. Oh, Juli! Auf sie! Auf sie! Schlag sie! Schlag sie! Ich bin zwei! Verbrühe! Und die Wernfalle gehabt. Oh, ich war das für die Gang. Oh, lol. Ja. Schwachfonteiner direkt zu schießen. Ja. Ach, jetzt krieg ich die Schieb von. Ja, geil. Ich hab's nicht, aber dann dachte ich, hm, komm. Da geb ich einfach mal ein paar Wasser mit. Du, ich hab mir ohne auf dich geschossen. Ja, okay, nächstes Mal machen wir Preis. Auf auf die Cardsing Couch. Ja, Dalo hat Aktien von dem Gemüsehansel. Der will keine Koffie auf dem Gemüsehansel. Dalo, wenn du hast den Couch. Achtung! Das kann ich nicht verstehen. Mau, Cardsing Couch. Das kann ich nicht verstehen. Doch, doch, doch. Ich seh mich eher hinter der Kamera. Ich seh mich vor der Kamera. Hallo. Hallo, ohne. Hallo, Max. Max. You're fired. War jetzt schwer. Komm, Maxi. Casting Couch. Nein, Maxi geht da nicht hin. Heißt du Max oder Maximilian? Maximilian heißt er. Maxi wird sich so offiziell. Er heißt Max. Er heißt Max. Er heißt Maxim C. Fly. Der Opa nennt ihr noch Maxi Schmack. Ich hab viele Melonen gefunden. Ich hab viele Melonen gefunden. Taut hat eine Bank. Ja. Das ist jetzt der Banker. Da könnt ihr euer Geld drauf tun. Dann ist das da sicher. Ich bring auch mehr Banker hin. Bin ich da rein? Wer man die Damsch hat, ist auf die Bank werfen. Das ist schön kaputt zu machen. Wir sollten in der Feuer schießen. Sicher ist sicher. Start up and take my money. Meine Bank gehört mich alleine. Hey. Hey. Wo ist die Bank erlaubt? Das ist kaputt. Aufnahmeraum schicken. Nein, keine Bank erlaubt. Pack die raus. Bankerloor. Bankerloor. Immer diese Bankpisten, Alter. Das ist die Bankerloor. Rein mit der Scheiße hier. Rein mit der Scheiße. Wollst du nicht reinkommen, Penn? Rein mit der Scheiße. Was? Was? Ich würd jetzt eigentlich pay the cheats und reinwerfen und dann sagen rein mit der Scheiße. Ich bat schon so einfach und schimpft wieder ohne Grund. Dann ist sogar witzig. Das kann ich nicht, weil ich Indosent bin. Komm, machen wir an Blödsinn vielleicht mal. Ja, bitte Blödsinn. Bisschen an Blödsinn machen. Bisschen mach ich jetzt Blödsinn mit dieser Pfanne und davor mir steht Judy. Was? 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 Fang greift den D-Tan. Das ist ja nicht meiner. Ich hör C4. Ich hör C4. Ich hör C4. C4. Okay, versteck mich meiner Badewanne. Du bist schon hoch gegangen gerade. Achso. Ich glaub das war in dem Probraum. Ja, das war in dem Probraum. Oh Gott, da geht alles hoch. Oh, da kommt was geschoben. Wie shoppen, Julie? Hier. Kaffst du dich da raus? Ne, Moment. Da kam Kapuze raus. Aus dem Probraum kam Kapuze raus. Dein Schwachsinn, ich war die ganze Zeit raus. Du warst von 30 Sekunden aus dem Probraum. Du hast ja keine Rolls-Roll-Roll Ja von 30 Sekunden kurz bevor die Bombehoch ging. anu hat hier schon Leute angegriffen. Nein du hast den Dat angegriffen. Er ist jetzt. ob es offen und kann sogar gut hinhauen weil ich habe den gerade gemacht aber hat ich wusste weil ich nicht wusste ich musste weil wir den wachsen gekillt ist auch gestorben ich war zwei und dann habe ich gesehen dass aber man sieht das an den namen ich glaube ich wusste ja warum pain sich geheilt hat wegen dem random art aber wenn man den ich habe nicht geschossen ich habe nur gerufen ich achte mal drauf kaputt aber ich glaube nicht ich meine ich meine du bist jetzt bei mir eine andere name eine andere farbe ach so ja so genau 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 die wissen dass ich gleich bin ich mache das weg dann dort was wenn da jetzt eine band verliegt wenn ich raus wirklich traurig hit your pain hold it oh mein gott fucking items items nein war es nicht ja guck dir das scoreboard an es gibt nur drei gute die chance zu werden ist relativ hoch wow das ist ja der action wow wie der ulkigerunde so viel chaos items war es nicht ja ja das ist ein ich ärgere das hat sich nichts zum abschluss ich hätte zwei leute locker haben können aber ich treff den kopf du kannst du an dem death grip bist musst du ein bisschen aufpassen ja lass dich doch nicht erschienen es muss doch handeln ey hallo hallo ich was hallo ich werde wieder trainer knall die ab zack zack pain ja wieder späße machen juli mach ihn fertig los juli wen denn jetzt kaputze nein wir haben einen death grip er meint zu ernst tut mir leid tut mir leid tut mir leid tut mir leid was es ist pain tut mir leid es ist pain nein es ist nicht hallo kommen sie mit julie kommen sie mit was ist so lustig kommen sie mit ja wegschleik oh god hat er jetzt pain gecallt obwohl er mit ihm im link ist kompasst du bin oh god ich bin survivalist oh god oh god siehst du das ja ich bin survivalist lasst uns nein reden da war ein death grip gepolt was war es denn du bist vorgekehr nachkampf Thomas warte 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 maxi weg 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 von ihm weg von ihm weg von ihm weg von ihm alle weg what is happening alle weg ich verstehe was du wollte ich verstehe es weg 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 von mir weg du hast dich nicht gerne mit dem Thomas gekillt oh das ist vielleicht nicht Warum wolltest du ihn überhaupt wieder beleben? Weil er Survivalist war. Ich bin Survivalist! Jaja, das war ja nie der Witz. Achso. Achso. Du Lügner. Und Debby wolltest du ihn retten? Warum lautet das? Ich bin gerade. Maximus rennst nicht rum. Das ist wie im Haus aus Irremacht. Oh, schade. Das war auch so geil. Und bei mir sagst du Stopp. So, jawoll. Ich bin noch im Rennen. Das Problem ist, ich wollte... Ich hatte dich genommen, Items. Weil ich ja nicht wissen konnte, wer wirklich mein Traitor-Kollege ist. Ich hätte ja auch dem Spy auf einmal das Ding zuwerfen können. Der Spy. Ich war der Spy. Ich hatte auch nichts um mich zu schützen, bevor ich Pain abballer. Ich wusste ja, dass Kapuze... Moment, Kapuze hätte auch T sein können. Er hätte auch einfach kaufen können und sagen, ich bin zu... Ja, aber das ist... Als ob der Kapuze sowas macht. Ja, so ne geilen Place sind da nicht... So nett bin ich... So unfair bin ich halt. So nett bin ich nicht. Okay. Bett vor allem. Ja toll. Mein PC will mich trollen? Das darf nicht. Das macht... Also ich hab die Check-up, komm. Ich hab den Check-up, komm. Ich hab den Check-up, ich bin nämlich innocent. Die-up. Nicht locken, ich kann nicht so gut laufen. Wer ist'n das denn? Ich kann nicht laufen! Maxi! Was machst'n du? Ich hab' meinen PC... Juliats, mach die weg bin ich. Ich kann uns heilen. Ich bin nicht im... Kann ich laufen? Ja, dann lauf doch nicht, wenn du nicht drückst. Weg jetzt! Wir können zusammen spielen. Juli nicht! Was wird hier gespielt? Ich spiel'n nicht. Kann mich ja nochmal laufen? Ah, ist das gut. Ich hab'n bisschen rubberbanding. Haben sie den Passation A38 Pain? Was? Passation A38. Oh? 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 Äh, A38? Ja. Ah, ich lauf... Ich lauf' ohne zu laufen. Pass auf! Du hast so gebacken mit dem Scheißen. Ich geh' in den Raum und... Die Passation hab' ich gesucht. Bis ich mich wieder bewegen kann. Hast du'st? Mhm. Passation A38. Ich hör'n nicht auf zu laufen! Juli, mach schnell zu langs! Lass mich doch bitte! Juli! Juli, ich bin bereit! 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 Juli, du bist bereit! Ich bin ganz verandert! Ja! Bin auf dem Mars! So, wo sind jetzt die Weebs? Sind doch eigentlich im Keller, oder? Also... Wahrscheinlich! Ja klar sind die im Keller! Wo sollen sie sonst sein, ey? Hier, ihr beiden! Ihr braucht'n Baby, ey! Oh, shit! Was ist los? Ich kann nicht laufen! Hi, Maru! Lass mich bitte! Okay, und jetzt? Warum kannst du nicht laufen? Aber was ist das denn? Ich hab' keine Ahnung, meine Drohmpare. Ich hab' keine Ahnung, meine Drohmpare. Hier... So, beide kriegt ihr Bettchen! Die hat wieder eine Tastatur! Kannst du mir bitte mal kurz erklären, warum du alleine in einem Raum bist, wenn da zwei Radar bloßt? Lass ihn! Wie näher ist, Inno! Wie geht das denn? Ich hab' keine Ahnung, da waren zwei Radar bloßt. Vielleicht glaub' ich zweimal oder so, vielleicht glaub' ich gleichzeitig. Und deswegen geht das nicht. Ich hab' keine Ahnung, das ist so. Ich kann nicht mit der Bank durch die Gegend schieben, wenn ihr das weiß. Ich... Duelliert euch! Ihr beide! Geht da rein und duelliert euch! Los, Juli! Geht da rein! Und jetzt duelliert euch! Einer von euch ist übel! Übel! Macht jetzt! Einer von euch ist Spy! Ach, Mann, ey! So ne Kacke, ey! Juli! Jetzt! Ich war Jakar, aber ich konnte mich nicht bewegen, ey! Ich hab' mich ja total vergessen! Ja, Alter von euch weinen war Spy! Und ich wusste nicht mehr, deswegen... Oh, Mann! Da hast du gedacht, läuft die mal selber weg! Ja! Der Traitor, wenn er das hört, dachte ich, schießt natürlich instant, so. Das ist ein roböses Ball! Ich gebe aus Beklettermodus, das, äh, wenn ich weiß, wie... Das ist ja gerade ready! Wie ready! Und, ich wusste, Juli, ich hatte die... Also ich war eher dafür, dass du T warst, weil du die ganze Zeit dahinter Maru standest, aber wenn du Maru getönt hättest, wär' ich auch gestorben. Ja, genau. Das wär doof. Ich bin ready. Ich bin ready. Und was habt ihr beide da gemacht? Und es war klar! Ja, ich lach' in der Payne, warte! Und es war klar, dass ihr in dem Keller wart! Ich konnte nicht, aber ich kapuze... Kapuze stellt sich so an die Wand und sagt, ich bin ready! Ich dachte... Ich bin ready! Gib's mir an! Nein! Nein! Was machst du mit dem Katzen raus, Alter? Du passt... Nein, ich werd Camper! Du passt doch nicht rein! Ich werd Camper? Mach doch mal die Tür wieder auf! Auf bitte! Dankeschön! Ich hab schwere Gruppe! Hallo! Gut beschossen! Oh mein Gott! Ja! Das ist mein... Ja, nein! Das ist mein Katzenkorb! Alter! Ich hoffe... Bisschen blutig, oder? Äh... Ja, der Vorbesitzer hatte schwere Gefahren... Au! Jetzt ist der Kapuzenwurm! Was tun wir hier? Das ist schon unhöflich! Au! Es wird kassiert! Das ist nicht nett von mir! Komm, die richtigen kommt dran! Jetzt kommt kapuzen mit der Bank! Ja! Nö! Das ist ja aufgewornt! Au! 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 Das ist nicht gelogen! Mach den! Mach den! Mach den! Das ist gelogen! Hey, das ist... Hey! Ich hab die Second-Chance und bin in die Bandfalle gelaufen! Ich baue mir einen Max! Hey! Die Bandfalle war aber nicht von mir! Adems! Adems! Adems war's! Adems wollte uns... Ich hatte mich verletzt! Nein! Warum schieb's nur? Jetzt, wo ihr sagt, da stand Adems! Ah! Genau! Der war's! Das war auch das, was ich da gelesen hab! Aus! Und jetzt noch Payne! 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 Ich werfe jetzt nur mal durch die Gänge, haut ab! Oh Gott! Der kommt! Oh shit! Der kommt echt dir an! Oh! Der hat einen Cheat kaputt gemacht! Da hinten ist Payne gewesen! Ja, da hinten ist er! Von links gelaufen! Los, Jens! Payne! Wow! Der Tor-Buster! Der Tor-Buster! Der Tor-Buster! Der Tor-Buster! Der Tor-Buster! Der Tor-Buster! Das macht ein Pumpernickel! Was mit Kanikel? Pumpernickel! Pumperkanikel! ich bin der einzige in die runde ich bin der einzige in die runde doch es ist bestimmt survival ist dabei und so weiter aber ich bin ich bin bestimmt der einzige in die runde toll was bist du denn ich ja die frage kaputt durch das fenster wieder raus du brauchst kein dorbasser meine türen habe ich dann sagen wir so nein hast du nicht habe ich nicht gesehen ich würde mal probieren stecken sie denn da nichts noch nix es dauert ist die kiste kann sein ich kann deine dna ich gehe jetzt da hin und drücken wir hatten die aufgemacht ja er kann sie bei ihm explodiert sie an ich kann in dem raum drehen als er die türen zugewattert hat dann klok nein habe ich schon an einem shop am anfang gesehen er schießt doch auf mich der pain gangster hier kaputze noch steht er ist gar nicht tot maxi könntest du mir die umstände erklären die maru hier totliegt ja pain ist es pain stimmt an der märtyrer der lutscher und tot sportlich ist der maru bild ist auch so kaputt macht in der märtyrer gestorben ich hatte eine brandgranate die ganze zeit in der hand eine schaffe ja das habe ich schon gecheckt aber jetzt habe ich erst verstanden dass das eine märtyrer da stehen soll sooo ihr lutschis letzte runde wenn ich traine wenn ich noch zwei gehe zack zack schießt direkt auf einem hier ist einem 9 sekunden alle auf einem alle auf einem einem schießt ich bin böse ich bin böse ist er nicht alle haben gesagt ich bin nicht böse ne du kriegst mich um oder au was hast du gemacht mit ihm er zählte aua das ist dein blut ja ich glaube das ist Spenderblut ach so jetzt spenden einfach blut ich schieß zwei mal auf den polen und werde heißkalt was umgebracht oha dankeschön maxi wooo der d-demo doorbomb da julie kannst du mir was aus dem backoffice da vorne holen natürlich nicht julie kannst du kurz ins lager gehen Ah, Julia! Wir brauchen neue Kabeln, über die Kabeln! Julie, kannst du kurz ins Lager gucken? Nein? Hallo! Da ist die Pfanne! Balle Pfanne! Ja.. Es wurde angewarnt! Im Lager! Im Lager, Julie! Julie im Lager! Die führst du dich! Wer hat drauf geschossen auf den Shinigami? Warte mal, ich wollte den Shinigami auf den Shinigami geschossen. Ähm, items? Danke für die items. Danke für die items. Aber du siehst die zweite Symbole kaputt, oder? Natürlich war das items. Don't see, du siehst die zweite Symbole, ne? Ich hatte Angst. Ich glaube der Shinigami sieht's, ja. Ja, eigentlich. Deswegen hab ich dir auch nen Header gedrückt, weil er dich abschlitzen wollte. Ja klar, ich musste ihn auch erschießen, er hätte mich abgeschlitzt. Und dann mit einer... Aber ein Glück war... Ich wollte ja, hab mich schon überlegen, ob ich das eh drücke. Ich hab eh gespammt auf die Couch. Ich hab auch über die Couch gedrückt und eh gespammt, aber ich bin Dete geworden. Ja, ich bin Trader geworden, aber items auch. Ja, das wär ja egal gewesen. Ich hätt gedrückt, wenn ich D gewesen wäre. Also, weil ich schon gedrückt habe. Ja, ich hätt weggezogen im letzten Moment. Können wir auf der Couch das veranstalten? Die ist heilig. Das war aber... Es ist ein bisschen zu verrückt. Ich hab jetzt nur noch ein Dings runterdrehen. Wenn wir die Runde schnell enden... Caput, es geht am DoorBuster und danach war Eskalation. Danach ging's... Ja, danach... In Startschuss war ich. Wow. Okay. Soll ich für euch ins Lager gehen? Hast du einen DoorBuster jetzt? Geh ins Lager, Julie. Wir haben was zu besprechen. Weitere nicht. Gar nichts. Das geht nicht. Ohhhh. Soll ich nicht ganz sagen. Ich hab nen Mellon. Did I walk it in my pocket? Ich hab nix gefunden. Gibt's ein DoorBuster? Ein DoorBotster. Warst du angeschossen? Ausm Lager, Julie. Ausm Lager, Julie. Im Lager, mal mehr. Was willst du? Es gibt keinen Sidekick. Schade. Ja, gibt's auch so nicht. Die sind ja nicht bei den Leuten, ey. Du weißt genau. Ich gibt nichts. Vielleicht passiert hier was. Wir brauchen nen Date hier. Alter... Wir brauchen keine Erwachsenen. Wir brauchen keinen Erwachsenen. I love items. I love items. Julie hat items gecallt. Hallo. Du musst ja schon wieder mit items. Julie hat dich gecallt. Hallo. Will das nicht tun? Ästhete? Moment, ich glaube es ist relativ einfach rauszufinden wer T ist. Es ist einer tot und Pain kam da hinten raus. Komm, wir können Pain jetzt schießen. Das Ding ist durch. Ahhhh. Maru ist es auch. Und Pain. Pain. Was ist denn? Ahhhh. Hau ab, Julie. Moment. Wen will sie? Wen will sie? Ne, sie hat einge... Hat sie Max sie gesucht? Hä? Ja. Achso. Ich war mit Pain verbunden. Ich musste halt reagieren. Jetzt aber letzte Runde. Letzte Runde. Ähm. Heißt du das verbunde Ding schon? Ich kann noch auf eine andere Weise herausfinden wer den Kollege ist. Ja, einen Traitor-Fight auslösen? Traitor? Nein. Ähm. Den Traitor, der du den Key gebeindet hast für... Also Maxi... Ich hab dich oben links reden sehen als Team. Boys. Ich reden sehen. Ja, du sollst ja Chat nicht nutzen. Achso. Ja, ja. Das ist mein Sprinten ergegen. Achso. Naja. Chat nutzen soll... Also das gehört ja mit dazu. Aber wenn das ein Fehler ist, ist ja erstmal egal. Ähm. Was war... Was warst du Kapuze? Ähm. Inu. Also ich auch. Ich war Survivalist, Survivalist. Ich war Inu. Inu ist die erste Rolle jetzt. Ich bin schon wieder Inu. Das ist gelogen, weil ich bin Inu. Oh mein Gott. Das glaub ich dir nicht, Galo. Hm. Du bist bestimmt unknown. Unknown war ich noch nie leider. Der ist auch nicht. Ich will auch ein Faktes mal werden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das ist wie mit den Nekromänder. Der wird auch nie Neko. Ich bin immer nur Jakal. Was machst du hier? Ich stehe hier. Wir machen jetzt ein Fakt, okay? Wenn du stirbst, ne? Warte noch mal das. Ja, ja. Was war das? Äh. Ich glaube, der ist nur einer gefragt. Oh mein Gott. Hä? Aber... Der ist beide Survivalist. Äh. Muss weg. Bruder muss los. Pain hat ein Defi gekauft und wollte, dass man ihn wiederbelebt. Das ist die dumme Bombe. Aber so dumm sind wir natürlich nicht. Rein in das Traderloch. Drück den Knopf. Aber wenn ihr den Defi habt, dann könnt ihr items wiederbelebt haben. Ja, da seh ich mich. Bei der Couch. Bei items, da seh ich mich. Jo, items, da seh ich mich. Ah, Kapuze, kannst du bitte warten, bis ich items wiederbelebt habe? Mag ich was? Ich weiß. Keine Ahnung. Wie was ist denn das gleich? Kapuze, lass den armen Jungen jetzt mitspielen. Der hat ihm noch nichts gemacht. Ja, Kapuze. Ja. Lass den items wiederbeleben. Ja, ich lass ihn. Lass den armen Jungen. Gib ihm noch ne Chance auf der Couch. Schön, dass Pain den Defi gekauft hat. Ja, aber das war so. Der nett, der Nobelverteid. Hat er dann eigentlich items angekraft? Und was hat er gemacht? Ich glaube, er wollte halt, dass man ihn wiederbelebt. Ja, also. Er wollte ihn für einen random kill wiederbeleben. Für seinen innokill. Und dann kam alles anders. Wer spielt auf items? Vielleicht hat items was gesehen. Kapuze hat auf items... Nein. Eine Fahne gesch... In items hast du was gesehen. Wanne. Keine Fahne. Nein, sag dann. Ist es jemand egal? Ist es egal? Da ist es mir egal dahinten. Kapuze ist es egal. Wie ist alles wurscht? Los, roll die Pfanne rein! Oh, mach doch mal hoch! Schieb die da drunter. Oh, oh, na ihr wollt... Crash doch gleich den Server. So, jetzt. Ich bin mal gespannt. Ich möchte eigentlich nicht in der Nähe stehen. Warte mal. Warum geht das nicht runter? Yes! Und jetzt können wir da durch... Durchkriechen. Blup! Puzze muss den entscheidenden... Wir müssen nochmal hoch das Tor. Ja, warte, ich mach nochmal hoch. Puzze muss die entscheidende Höhe... Weiß jetzt aber auch nicht. Wer ist es denn noch? Maxi, wo bist du? So... Ach nein, das Bein. Maxi ist tot? Das Bein muss reichen. Maxi ist wahrscheinlich tot. Ja, ja! Bin ich tot, ich bin... Ja, doch, man kam durch! Er ist ein Kellerkind, okay? Pain aus? Was ist es? Nee, nee, was? Äh... Haben die Pläne abgefackelt? Mal kurz, okay. Ich bin's, aber ich bin eh nur. Oh Gott, ich bin bei... Was? Ich bin bei zwei Leuten. Oh mein Gott. Hä? Maxi und Dado haben mich gefällt mir jetzt hier. Oh, es ist definitiv Maxi! Mach dir die Dings an! Roll! Mach die Dings an! Spring rüber, Juli! Los! Und jetzt roll die Bank rein! Ich hab eine Bombe, komm nicht näher! Dado, was ist passiert? Oh! Ich wollte dann zur Bombe! Echt? Super, Juli! Was hat denn... Wie bist du jetzt schon, was war dein Plan? Juli hat mich einfach erschossen. Ich hab ihr gesagt, okay, wenn du stirbst, belebe ich dich wieder, wenn ich sterbe, lebst du nicht mehr! Ja, aber ich hab den Defi geklaut! Und tot bin ich, ja! Leute, wenn ich's euch gefallen lassen, schau mal vorbei, es dann wird's gut. Ciao! 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 Ciao!